Hallo, ich bin Thorsten Falk, ich bin Jugendtrainer bei der TS Ottersweyer und ich freue mich, dass Sie sich für unser Projekt interessieren. Unser Projekt, das sind die Kollegen links und rechts neben mir, das sind Airbudys, die für den Trainingsbetrieb im modernen Handball inzwischen eine feste Größe darstellen. Anders als andere Trainingshilfen kann man mit diesen Kollegen hier in Vollkontakt gehen, ohne irgendwelche Verlitzungen zu riskieren. Mit Ihrer Hilfe können wir ein modernes, abwechslungsreiches und motivierendes Training für unsere Jugendlichen gestalten. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung, denn viele schaffen mehr.